Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, die meisten Baustellen sind gerade in den einzelnen Redebeiträgen schon genannt worden. Ich will sie noch mal kurz erwähnen. Die wichtigsten Schule ohne Schulleiter, Inklusion, Burnout von Lehrern, schlechte Zeugnisse in Leistungsvergleichsstudien. Da muss man wahrlich kein Bildungspolitiker sein, um zu sehen, es gibt viele offene Baustellen und von einer zufriedenen Gesamtsituation sind wir im Moment noch meilenweit entfernt. Der Prozess hin zur inklusiven Schule ist meiner Meinung nach dabei die größte Herausforderung und wird es auch in den nächsten Jahren bleiben. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle dazu auch noch mal ein paar Worte verlieren. Ich kann an der Stelle der Frau Gebauer nur zustimmen, dass das ganze Verfahren wirklich nicht optimal gelaufen ist. Die Verabschiedung des Gesetzes hat bei den Betroffenen kaum Klarheit gebracht. Die Verunsicherung und Besorgnis ist bei Eltern, Lehrern und in den Rathäusern vor Ort immer noch sehr groß. Auch die Bürger in NRW sind zunehmend skeptisch, wie die aktuelle Meinungsumfrage zeigt. Im Gesetzgebungsprozess ist es der Landesregierung und Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von Rot und Grün, leider nicht gelungen, bei den Betroffenen Vertrauen in den Prozess zu wecken. Und das scheint mir bei vielen Projekten, die von der Landesregierung angestoßen werden, ein Problem. Das konnte aber auch nicht funktionieren, denn Sie haben in den öffentlichen Debatten zum Thema sachliche Kritik weitgehend, unkommentiert, ignoriert. Wir haben einige Kritikpunkte, die eine große Zahl von Sachverständigen in den Stellungnahmen dargelegt haben, zu Änderungsanträgen gemacht. Und Ihre Reaktion in der Ausschusssitzung am 8. Oktober? Praktisch keine. Da wird die liebe Sigrid Bär plötzlich überraschend wortkarg. Die liebe Frau Hendricks kommt in der Ausschusssitzung in einem Beitrag zur Debatte zu dem Angebot, mir unter vier Augen zu erklären, warum diese Anträge nichts taugen. Da muss ich sagen, herzlichen Dank. Das hätte ich dort gerne öffentlich erklärt bekommen. So geheimnisvoll kann das nicht gewesen sein. Wenn so mit sachlichen Einwänden umgegangen wird, dann braucht man sich nicht wundern, wenn sich die Menschen in diesem Land mit Grauen von der Politik abwenden. Ich befürchte mit vielen anderen Verbänden und Betroffenen, dass uns der so von Ihnen eingestielte Prozess der Inklusion in absehbarer Zeit auf die Füße fallen wird. Dabei will ich gar nicht in Abrede stellen, dass sie im Ansatz richtige Reformprojekte auf den Weg bringen. Es ist allwa typisch, dass diese guten Projekte aufgrund von Kleinmut dann im Desaster enden. Im Hinblick auf die anstehenden Herausforderungen stimmt uns das sehr nachdenklich. Die Krise im öffentlichen Bildungssystem ist ein Dauerzustand. Die Probleme sind lange bekannt, und sie werden durch jede Studie wieder bestätigt. Zu viele Schulabgänger ohne Abschluss, zu wenig Studienanfänger, zu starke soziale Selektion, überlastete Lehrer und so weiter und so fort. An dieser Stelle muss ich auch mit großem Bedauern feststellen, dass das von Rot-Grün und von uns die geforderte Aufhebung des Kooperationsverbotes leider keinen Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden hat. Ich denke, das wird hier zu weiteren Problemen führen, wenn wir keine ausreichende Finanzierung des Bildungssystems in NRW haben. Frau Zentis hatte das gerade angedeutet. Die Situation an den Schulen entspricht immer der Wertschätzung, die man den Schulen entgegenbringt. In NRW zeigt sich allerdings ein Mangel an Wertschätzung. Er zeigt sich vor allem in der Ausstattung von Schulen und Unterricht. Hier wird an der falschen Stelle gespart. Das MSW ist die falsche Stelle, Geld einzusparen. Wir haben ja schon öfter an dieser Stelle auf die beschämenden Fakten hingewiesen. NRW gehört zu den Schlusslichtern bei den Ausgaben pro Schüler. Wir haben im Vergleich mit die größten Klassen. Und zum Unterrichtsausfall im Land gibt es seit Jahren keine Daten. Und wie äußern Sie sich dazu, werte Kolleginnen und Kollegen, in der Debatte zu den besorgniserregend schwachen Ergebnissen in der IQB-Länder-Studie zum Beispiel, da wird dann brav der Ansage der Kultusministerkonferenz gefolgt und vor allem über die Verbesserung der Lehrerfortbildung gesprochen. Aber auch dort macht man aus Lehrern keine Zauberer. Jetzt machen Sie sich als Landesregierung auf den Weg, die Versäumnisse der Vergangenheit auszugleichen. Sie wollen kein Kind zurücklassen, eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Dazu werden umfangreiche Reformprojekte angestoßen, die wir auch im Grundsatz für richtig halten. Finanzieren wollen Sie das aus sogenannten Demografie gewinnen, die Sie im System lassen wollen. Das wird sicherlich nicht reichen. Das zeigt auch Professor Klemm in seinem Gutachten, Perspektiven und Chancen vom Sommer dieses Jahres. Und wenn jetzt jemand denkt, aber das hat er ja für die Gewerkschaften geschrieben, dann möchte ich denjenigen herzlich bitten, mal öffentlich und nachvollziehbar Stellung dazu zu nehmen. Bisher war das MSW dazu im Haushaltsverfahren nicht bereit. Bis dahin sagen wir, Ihre Reformprojekte sind unterfinanziert. In Ansätzen zeigen sich die absehbaren Schwierigkeiten bereits im vorliegenden Haushalt. Die Lehrerstellenversorgung ist nicht ausreichend. Das gilt für alle Schulformen, insbesondere aber für die Gesamtschulen. Hier wächst die Kiemenbaumlücke. Die Landesregierung ist stets bemüht, den Eindruck zu erwecken, an der Verbesserung der Lehrerversorgung zu arbeiten. Faktisch wird die Lehrerversorgung an den Gesamtschulen im nächsten Jahr aber schlechter. Im neuen Jahr werden 690 Stellen an den Gesamtschulen fehlen, 40 mehr als im laufenden Haushaltsjahr. Diese Stellen müsste es mehr geben, um das vorgesehene Unterrichtsangebot zu gewährleisten. Die Folgen sind klar. Unterrichtsausfall und Belastung der Lehrer nehmen zu. Die Qualität des Unterrichts wird leiden. Und das bei einer Schulform, die schon sehr weit bei der Inklusion ist. Auch bei den anderen Schulformen klafft eine große Lücke. Den Gymnasien fehlen weiter 1.000 Stellen und dem Berufskolleg sogar 1.470. Was können wir tun? Wir brauchen kleinere Klassen. Individuelle Förderung muss wirksam werden. Wir erlauben es immer noch, dass viel zu viele Schüler weit unter ihren Möglichkeiten bleiben. Schulen und Lehrer müssen entlastet werden, um die Inklusion und andere steigende Anforderungen an Bildung durch die Gesellschaft zu bewältigen. Das heißt, wir brauchen nicht weniger, liebe CDU, wir brauchen mehr Lehrer. Wir wissen, Lehrer wachsen nicht an Bäumen. Die Stellen müssen Schritt für Schritt hochgefahren werden. Doch es müssen jetzt ambitionierte Pläne gemacht werden und Maßnahmen eingeleitet werden, die den Lehrerberuf wieder attraktiv machen. Als einen sicheren Arbeitsplatz mit vielfältigen Aufgaben. Aufgaben, die auch bewältigt werden können. Bewältigt werden können, ohne die eigene Gesundheit zu gefährden oder gar zu ruinieren. Mit unseren Anträgen wollen wir an einigen Stellen eine Verbesserung der Lage vor Ort vorantreiben. Wir brauchen eine Soforthilfe für Schulträger beim Ausbau des gemeinsamen Lernens. Nein, Inklusion beginnt nicht erst im Sommer 2014. Der Prozess läuft und viele Schulen bereiten sich jetzt vor, um sich im nächsten Sommer gut ausgerüstet auf den Weg zu machen. Insbesondere die Grundschulen, die jetzt flächendeckend umstellen. Wir brauchen die finanzielle Unterstützung der Landesregierung. Wir fordern, dass Kommunen und andere Schulträger, die einen Inklusionsplan vorlegen und die sinnvolle Bedarfe ausweisen, bei diesen Investitionen unterstützt werden, so schnell wie möglich. Das wäre ein erster erforderlicher Schritt. Durch die Übernahme von Mitverantwortung könnte hier ein Teil des verlorengegangenen Vertrauens zurückgewonnen werden. Daneben fordern wir nicht zum ersten Mal den konsequenten Einstieg in Lernmittel unter freier Lizenz. Und das, liebe Frau Zentis, ist keine gut gemeinte Idee, die an der Realität vorbeigeht. Vielleicht an Ihrer Realität, vielleicht an der Realität der Grünen, die 1987 in ihrem Wahlprogramm zum Bokott von Informations- und Kommunikationstechnologien aufgerufen haben. Nun ist aber 2013, und wir sollten gemeinsam aktiv die Zukunft gestalten. Schulbücher unter freien Lizenzen, das wird ziemlich sicher im Koalitionsvertrag stehen. Diese Realität sollten Sie jetzt anerkennen. NRW darf hier den Anschluss an internationale Entwicklung nicht verpassen. Die Bedeutung von Medienkompetenz und Digitalmedien für die Bildung brauche ich, glaube ich, heute nicht ausführen. Da sind wir uns relativ einig. Wir nehmen das Thema in unserem Antrag Bildungsinnovation 2020 auf. Jetzt ist der richtige Moment, um in diesem Haus die Modernisierung der Bildung mit digitalen Medien anzustufen. Auch die Europäische Kommission legt dafür ein Programm auf und stellt Fördermittel zur Verfügung. Nicht nur für Schulen, sondern auch für die Weiterbildung und an den Hochschulen. Wir begrüßen das. Wir regen an, dass wir gemeinsam in den Ausschüssen schauen, was wir dabei in NRW auf den Weg bringen können. Ich bin dazu versichtlich, dass wir hier beim Zugang zur Bildung Chancengleichheit tatsächlich verbessern können. Sachlich und lösungsorientiert die Probleme unserer Zeit angehen. Das ist unser Stil und das haben wir versprochen und so machen wir das. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Pieper.